noch mehr lina also schlecht aus oder auch zu wenig slots checken wir mal in was haben wir denn sie mal ein cnc so hier noch ein gegner war hopp hopp ich kann ein bisschen Not mehr nehmen schon ein paar leitchen ich habe schon gesehen aber das andere sehe ich nicht so ich sehe echt nicht das andere wo ich mich hier reinhecken können soll ich bin ganz ganz komische angelegenheit hier oder kann mich nach einem menschen das kann natürlich auch sein und dass ich das jetzt noch nicht kann ok 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 das haben wir hier noch guten rot irgendwo ja 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 Wenn die Anni in die Zeit hatte ich nie gehört, dass sie so wie das hat sie gesteckt also kannst du den Rest also die Frau Vater, ich weiß wir sind auf der gleichen Halt Du hast keine Wahl Jop. So, die Frau. Dad, ich weiß, wir sind sechs auf dem gleichen Netz. So, wenn ich hier kassieren muss. Jop. 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 So, ich dir jetzt nicht helfen kann, oder wie? What? So, ich dir jetzt da frecken lassen muss, ey. Das finde ich aber nicht so gut. Na, ist ja schön. Ich habe da auch einen Airhyfer und so, also... Eigentlich soll ich die retten können. Eigentlich. Na gut, dann halt nicht. Zack, zack, zack. Dann haben wir auch noch was. Kann ich jetzt was mit dem machen? Ah, jetzt kann ich was mit dem machen. Oder? Na, hallo. Korps. Ja. Dann kann ich was mit dem Korps machen. Hm. So. Die Frau. Dad. Ich weiß. Wir sind in der gleichen Netz. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Das ist, was ich jetzt nicht save. Was? Ich gehe jetzt noch einmal hin, um zu gucken. Oh. 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 Hi. Ich weiß. Ihr habt noch einen crowdfunding. Dann halt nicht. So, äh. So, äh, 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 äh. So, Job complete. Hier kann ich nichts machen. Nach der Quest. Oh, Gina. Oh, Level Up. Zeig mal her, zeig mal her. Ähm. Ich würde, glaube ich, in Intelligenz nochmal gehen. Oh, Level Up. Lecker, lecker, lecker. The Ice-Wick Demon reduced all Quick-Hack costs by additional 1 RAM. Nee. Was haben wir mit Quick-Hacks? War doch scheißen. Nice. Nice, nice, nice. Ich hab schon fast gedacht, dass du in die Toilette gefallen bist. Hatte ein bisschen Angst, ne? Ähm. Mehr Schaden to Underwear Targets. Oh, das ist gut, das ist gut. So, kann ich jetzt noch was mit dir machen? Nein. Wegen auch schon mal mit der Toilette da hinten. Zack, zack, zack. Da muss man auch keine neue Option. Okay. Dann würde ich einmal ganz kurz speichern. Und man kann auch irgendwo Skip-Time machen. Genau, Skip-Time-Arighten auch cool. Vielleicht einmal kurz raus und wieder rein. So. Soll ich hier nicht rauskommen? Oh. Ey, Patrick. Sau, ne? Nee, nee, nee. Oh, ich hätte schon gedacht, wo kommt der ganze Geruch her? Sorry. So. Kann ich jetzt Time-Skippen, bitte? Skip-Time. Machen wir mal... 20 Stunden. Ja. Hey, na? Wow. Das nenne ich mal ein NPC, du. So, geht's dir oben hier besser jetzt? Und der Toilette da hinten geht's wahrscheinlich auch nicht besser, ne? Zack, zack. Nope, okay. Vielleicht geht's jetzt nachher in eine andere Nebenquest oder so. Wuii. Raus hier. Hier raus. Oh. Was hättest du mit mir reden? Das ist der NPC. Nee, du willst lieber rauchen, okay. Hey, na? Scheiße, Alter. Ja, bei den Frauen komme ich nicht so gut an. Gut, gucken wir, was wir als nächstes machen können. Oh. Moderate. Das ist ja schon. Laufen wir mal den ganzen Spaß dahin. Oh, jo, jo. Da die Wand sein, äh... Sein gesamtes Erbe ein bisschen vergessen. Glaub ich grad Obdachlose. Fühlt sich ein bisschen so an. Außer das Setz, das krieg ich mich nicht aufgeben. Zack. Na, die Boxen. Double Jump hier hoch. Hast du überhaupt, soll ich schon durch? Nee, noch lange nicht. Ich hab erst drei, vier... Aua. Drei, vier Hauptmissionen gemacht. Ähm... Aber ich bin halt lieber am Sidecresten, auch wenn das Barry wie Shit ist. Oh nein, scheiße. Das war direkt mein Double Jump, leider. So. Da hinten zu hin. Das war auch einer. Ist das Polizist? Nee, ist kein Polizist. Ist das aber ein Gesuchter? Äh, machen wir denn mal. Okay. Anrufer Tageskrieg hat jetzt mehr Schaden von mir. Ist ganz gut. Und noch mal ein Schrottsircuit. Oh, das war schon, äh, tot. Ich setze an, ganz kurz. Nice, der Double Jump. Ich warte jetzt noch die nächste Patch wieder ab. Da werde ich mich auch mal wieder dran trauen. Das glaube ich auch ganz gut. Beim nächsten Patch soll ja auch viel gefixt werden. Oh, die Shit haben die viele Kameras hier. Äh, und die Schwarz-Rabbit kriegst du auch noch. Und die Schwarz-Rabbit kriegst du auch noch. Sehr schön. Okay, okay, okay. Wir werden die nächste Kam. Hier war's. Oh, damn. Oh nein, enemies have been alerted. Warum kann ich hier jetzt nicht mehr hacken? Was? Äh, ich geb' dem eine Contagion. In der Hoffnung, dass das übergeht. Sehr schön. Dann overheat' ich dich. Uuuuund du kriegst einen Short-Circuit. Bam, bam, bam. Jetzt hab' der immer noch lebt. Oh shit, ich glaub' das ist ein halber Boss-Gegner. Oh. Oh, der lässt auch was Legendary droppen. Warte mal. Den Typ mit dem Legendary-Drop, den würd' ich doch gerne markieren. Genau. Äh, overheat. Wenn so spiel' ich den Großteil des Spiels. Also nicht wundern. Äh, Patrick. Ich bin hier die ganze Zeit nur am Leute hacken. Guck mal, das ist ein anderer Blickwinkel. Äh, ja, viel Spaß damit. Du bist tot. Warum stehst du noch? Okay, der ist nicht wieder da. Ah, guck mal, hier haben wir auch noch mal ein paar Protagen. Okay. Ich hab' grad keinen verfügbaren RAM mehr. Ich muss ein bisschen warten. So, jetzt, ne? RAM overheat. Okay, ich muss ein bisschen warten. Guck mal so nachher. Und dann kriegt der hier nochmal ein overheat. Ist da oben einer? Oh, Tatsache. Tja. Ja, die mal hat dich angezündet, ne? Oh, ein Short-Circuit. So, dann krieg ich hier auch alles. Haben wir hier noch welche? Ja, nicht so wirklich, ne? Okay. Gut. Haben wir die Leute genug gehackt? Ist eine Not, was ich auf jeden Fall wollte. Habe ich mir markiert. Da müssen wir dann gleich hin. Weil der Typ was Legendary gefallen gelassen hat. Falls da noch irgendwelche Gegner sind, für die behalte ich meine Schrot immer raus. Aber ich glaube... Da sind, wenn dann überhaupt noch ein paar kleinere Gegner, die ich nicht tot gehackt habe. Okay, langsam wird mein Inventarplatz ein bisschen mau. Ich mach mal ein paar Sachen kaputt. Ähm... Die mal weg. Was da? Was da? So. Bisschen leichter. Ich stelle dir vor, du hast ja jetzt auch so einen Chip im Kopf und dich hackt dann einfach nur auf einer Schrift. Das ist einfach null. Ja, äh... Das ist, glaube ich, nicht so angenehm. Mh... 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 Schon ein paar Components. Bisschen leichter machen. So. Soll erst mal reichen. Äh... Hier, Maud. Hallo? Ist das einfach ein Modell-Hintereingang? Oder ist das wieder eine Toilette? Ach, guck mal. Die ist aber schön sauber. Okay, ich möchte erst mal zum Legendary-Item. Jetzt bin ich ein bisschen zu sehr gespannt. Was haben wir denn hier? Crafting-Spec. Unity. Ich zeige mal hier. Unity. Warum ist das blockt? Warum ist die blockt? Hey, ich verstehe es nicht. Da habe ich nicht die Materials. Hier habe ich die Materials. Aber es ist einfach blockt. Ähm... Ach, Perk-Required. Edge-Runner Artisan. Okay. Zeig mal her. Wahrscheinlich hier, ne? Edge-Runner Artisan. Zehn. Alter. Was kriege ich dafür dann? Darum kriege ich dafür eine Waffe, die... Nicht schlecht aussieht. Aber... Schade. Aber der hat auch eine lila Waffe fallen an sich fallen lassen, ne? Müssen wir mal gucken, was das denn ist. Eine Shotgun Detektion. Willst du das einfach nur haben, damit du in den Kopf gucken kannst. Dafür gibt es so Braindance, das heißen die hier. Da bist du in Virtual Reality, aber fühlst dich auch so, als ob du in echt da wärst. Und dann wirst du mies overheatet. Eliminate's vertical. Sag mal, wie... Ach nee, zu unserer Shotgun... Im Vergleich sieht das Ding halt auch scheiße aus, ne? Schade, schade. Soll aber nicht heißen, dass ich den Rest hier nicht looten kann. Zack, zack, zack. Gib, gib. Was hat die denn? Ganz kurze Sachen im Gesicht. Erstens, deswegen sag ich's doch. Oh. Was habt ihr denn hier für Müll, ey? Einfach ein Leichensack hier. Not bad, not bad. Okay. Was haben wir dann so weit? Das war das Schlimmste, ey. Einfach alles looten, ne? Das ist, äh... Sehr zeitaufwendig. Hm. Hopp. Hopp. Einmal aus. Was haben wir denn hier?